Alle Serienpanzer der Deutschen im Zweiten Weltkrieg wurden mit einem Benzinmotor ausgestattet. Deswegen gab es sehr viele Mythen, die bis heute herum erzählt werden. Wie kamen die Deutschen zu Maybach-Motoren und warum die Maybach-Motoren das ganze so beherrscht haben? Warum wurde in jedem Panzer ein Maybach-Motor verbaut? Hat denn die deutsche Flotte den ganzen Dieseltreibstoff wirklich aufgefressen, aufgebraucht? Und konnten denn die deutschen Konstrukteure keine guten Panzerdieselmotoren erschaffen? Das schauen wir uns heute mal an. Also Maybach-Monopol. Auf den frühen mittleren Panzern, die als Großtraktor von Krupp zum Beispiel Rheinmetall bezeichnet wurden und dem Neubaufahrzeug wurden Sechszylinder-Motoren von BMW genutzt. Das waren also Flugmotoren, die für Flugzeuge entwickelt wurden. Die Leistung war zwar ausreichend, doch bald kamen die Deutschen dazu, auf diesen Motor zu verzichten und speziell für Panzer entwickelte Motoren zu verwenden. Da seht ihr so einen BMW-Flugzeugmotor. V-A hieß der, oder 5-A. Römische Zahl 5-A. Es ist bekannt, dass die Motorleistung praktisch entsteht durch den Drehmoment und das ganze Faktor Drehzahl und dann kommst du auf die Leistung, die der Motor leistet. Der BMW-Motor leistet 290 PS bei 1.400 Umdrehungen pro Minute und 320 PS bei 1.600 Umdrehungen pro Minute. Deswegen hatte er ein hohes Drehmoment bei vergleichsweise niedrigen Drehzahlen. Das ist praktisch der Druck, den der Motor auf die Antriebswelle ausübt. Dieser Druck war sehr hoch, deswegen brauchst du ein sehr starkes Getriebe, das diesen Druck aushalten kann. Das Getriebe muss dann entsprechend groß und schwer sein, also stark ausgelegt werden und wird dann groß und schwer. Also deswegen kam die Entscheidung, einen speziellen Panzermotor zu entwickeln. Und der sollte auch diese 300 PS leisten, aber bei doppelt so hohen Drehzahlen. Und das würde es erlauben, das Getriebe leichter zu machen. Das war noch vor dem Krieg, da wurde bei den Deutschen besonders Augenmerk draufgelegt, die Panzer leicht zu gestalten, weil sie mussten mobil sein. Das war noch vor der Zeit, als Panthershow entwickelt wurde und der Tiger. Deswegen wollte man den Panzer leichter gestalten und ein Neubaufahrzeug wurde sehr schwer und man hat ihn auch deswegen nicht weiterentwickelt, nicht weitergebaut. Mit 23 Tonnen und gewünscht hat man sich 18 Tonnen Gewicht. Die Firma Maybach hat die Aufgabe bewältigt und den Motor HL100 entwickelt mit 300 PS Leistung bei 3000 Umdrehungen pro Minute. Später wurde seine Konstruktion verbessert und es kam, also es wurde der Motor HL108 bzw. HL120 und diese wurden auf viele deutsche Panzer verbaut. Und zu diesen Motoren hat die Firma Zahnradfabrik die Getriebe SFG 75 und SSG 76 projektiert. Die Zahl 75 bzw. 76 ist das geleistete Drehmoment, denn dieser Motor leistete. Zum Vergleich auf Neubaufahrzeug wurde das Getriebe SFG 280 verbaut. Also 280 ist fast viermal so viel Drehmoment dann. Dann hat ein Neubaufahrzeug war ein Mehrturmpanzer, haben die Deutschen auch gehabt. Dann hat man darauf verzichtet, die Entscheidung fiel auf eintürmige Panzer zu entwickeln. Die Panzer wurden neu komponiert, neu konstruiert. Spezifisch entwickelte, speziell für Panzer entwickelte Motoren wurden eingesetzt mit einem leichteren Getriebe. Und so kam es zu der Entwicklung Panzerkampfwagen 4 oder auch als Begleitwagen genannt. Wer von euch nicht die Videos zur Panzerkampfwagen 4 Entwicklung gesehen hat auf YouTube, der kann das jetzt auf meinem YouTube-Kanal nachgucken, warum der Panzerkampfwagen 4 Begleitwagen hieß. Panzerkampfwagen 4 wog 18 Tonnen. Das ist das, was man wollte. Und im Bild seht ihr also diesen 300 PS starken HL100 Maybach Motor. Die Forderungen zur kompakten Größe, dann niedriges Gewicht, hohe Drehzahlen und diese Forderungen entsprachen eben am besten Benzinmotoren und nicht Diesel. Diesel hatte bei niedrigen Drehzahlen auch hohes Drehmoment. Und die Firma Maybach hat eben diese Motoren geliefert und hat deren Herstellung gesichert. Und zu diesen Motoren gab es eine Reihe von Getriebeentwicklungen. Waffenamt steuerte die gesamte Waffenentwicklung. Die haben gesagt, diesen Panzer entwickeln, diesen nicht. Und das wurde vom Waffenamt alles gesteuert. Und die haben gesagt, solche, 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 solche Motoren und dazu das passende Getriebe. Und das wurde so ein, praktisch Baukastenprinzip. Das war sehr bequem für die Entwicklung. Und das führte aber zum Monopol von Maybach automatisch. Ein Vergleich bei diesem Motor zu entwickeln, der von den Baumassen und Gewicht mit den Benzinmotoren, die hohe Drehzahlen haben, vergleichbar ist. Und er dann dazu noch gleiche Leistung bringen soll. Also die Entwicklung war schon nicht einfach. Und dann brauchte man noch komplett neues Getriebe dann. Weil Dieselmotor hat dann automatisch mehr Drehmoment. Du brauchst automatisch neues Getriebe. Und dann musste man auch noch beim Waffenamt, wenn man sein Projekt vorlegt, musste man das Projekt gegenüber von Maybach durchsetzen. Wo wurde der Motor eingesetzt? Er wurde eingesetzt. Panzerkampfwagen 4. Panzerkampfwagen 3 zum Beispiel. Und der Nachfolger dann auch beim Tiger und Tiger 2 und Panther. Also überall wurden Maybach-Motoren eingesetzt. Und dann, wenn die Waffenamt-Kommission da sitzt, und du sagst, mein Motor ist so geil, er ist so super, er kann so lang, er lieben machen lang, weißt du. Dann kommt Maybach und sagt, aber mein Motor ist schon in Serie gebaut. Du musst die Fertigung umstellen, bla 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 bla. Und sagt die Kommission, ja, dann verlieren wir wieder Zeit. Nein, bleiben wir bei Maybach. Bleiben wir bei Benzin. Benzin ist gut. Läuft doch mit dem. Jetzt kommen wir zu der Frage, gab es denn genügend Dieseltreibstoff? Also sehr oft wird eben die Verharrung auf Benzinmotoren dadurch erklärt, dass das Dritte Reich eben den Dieseltreibstoff für die Flotte gebraucht hat. Und die Motoren zu Lande sollten eben Benzin oder synthetisches Benzin brauchen. Auch bis heute hört man oft diese Meinung. Daten heutzutage liegen frei verfügbar, kann man sogar im Internet finden. Fangen wir damit an, dass die Deutschen in hohen Zahlen nicht nur Benzin synthetisieren konnten, sondern auch Diesel. Zum Beispiel in dem ersten Quartal 1944 durch verschiedene Synthesemethoden wurden 315.000 Tonnen Benzin synthetisiert und 200.000 Tonnen Dieseltreibstoff. Und dazu noch 222.000 Tonnen schweres Öl. Das ist das, was die Flotte braucht, schweres Öl. Und das führte eben dazu, dass beim Wunsch auf Dieselmotoren zu wechseln, als man Drehmoment, hohes Drehmoment gebraucht hat, weil man schwere Panzer bekommen hat, entwickelt hat, da brauchte man wieder hohes Drehmoment. Und hier gab es eben nichts Passendes. Und dieses ganze Maybach-Monopol, Benzinmonopol, das führte eben zu Schwierigkeiten, dass man nicht so einfach wechseln konnte auf Dieselfahrzeuge. Und man kann praktisch aus Kohle, aus Schwarzkohle oder Braunkohle, weiß ich jetzt nicht, ich glaube Schwarzkohle und Braunkohle auch, kann man eben nicht nur Benzin, sondern auch Diesel synthetisieren. So, und wie viel Diesel-Treibstoff hat denn die Flotte gebraucht? Der Verbrauch an Diesel-Treibstoff wurde jährlich reduziert. Also, der Verbrauch an Treibstoff bei den normalen Bürgern wurde jährlich reduziert. Aber der Verbrauch an Diesel-Treibstoff wuchs. 1939 betrug der monatliche Verbrauch 192.000 Tonnen Benzin und 105.000 Tonnen Diesel. 1943 nur 25.000 Tonnen Benzin und 47.000 Tonnen Diesel. 1941, 1944 haben die Deutschen Diesel exportiert, und zwar mehr als Benzin. zum Beispiel 1943 wurden exportiert 21 Tonnen automobiles Benzin und 24.000 Tonnen Diesel. Und 1944 5.000 Tonnen und 9.000 Tonnen entsprechend. Und aber gegen Ende des Krieges wuchs der Verbrauch von Diesel durch Militärs, durch die Wehrmacht, im Vergleich zu Benzin stark an. Und der Vorrat aber gegen Ende 1944 wurde angeglichen. Das heißt, es gab genauso viel vorrätig Benzin wie Diesel. Das ist ein Dokument. Erster Quartal 1944. Das ist jetzt ins Russische übersetzt, aber ihr seht die Zahlen. Wo ist was? Das ist praktisch aus seinem Buch The Effects of Strategic Bombing on the German War Economy. United States Strategic Bombing Survey. Die Zahl ganz hinten unten rechts 39% von synthisierten Treibstoff. 39% wurde künstlich hergestellt. Das gesamte Treibstoff. Die erste Spalte 92% Flugbenzin wurde synthisiert. Dann zweite Spalte 32% normales Benzin synthisiert. Dann Dieseltreibstoff 36%. Schweres Öl 14%. Schmieröle 5%. Und andere Sorten von Treibstoff 25%. Also insgesamt fast die Hälfte des Treibstoffes wurde künstlich hergestellt. Die Daten widerlegen ungenügend ausreichendem Vorrat von Dieseltreibstoff für Landmaschinen. Und dann nach dem Krieg Gerd Stiller von Heidekampf. Das war der Leiter der Panzerkommission 1943-45. Und Leiter der Panzerherstellung bei der Firma Henschel. Er sprach mit Aufklärung von den Alliierten nach dem Krieg. Und bei der Befragung hat er mitgeteilt, dass vor dem Krieg die Armee, also die Wehrmacht, die Benzinmotoren standardisierte. Weil die Treibstoffindustrie mitgeteilt hatte, dass synthetisches Treibstoff, vor allem Dieseltreibstoff, schwer herzustellen ist. Jedoch nach 1942 wurde der Wehrmacht mitgeteilt, dass die Situation sich geändert hatte und Dieseltreibstoff viel leichter herzustellen sein wird als Benzin. Deswegen bewegte sich ab 1942 die ganze Entwicklung Richtung Dieselmotoren. So, und jetzt schauen wir mal die ganzen Motoren an. Die Dieselpanzer von Daimler-Benz. Dieselpanzer von Daimler-Benz. Die Waffenamtsleitung hatte die Maybach-Motoren mit aller Kraft durchsetzen wollen. Das heißt also für mich, dass da irgendjemand geschmiert worden ist. Ich meine um das Monopol aufrecht zu erhalten. Die haben sicherlich ein Stückchen in ein paar Taschen da prozentuell beteiligt. Deswegen wundert es nicht, dass der erste deutsche Panzer mit einem Dieselmotor, der mit einem Dieselmotor entwickelt worden ist, ohne den Einfluss des Waffenamtes entwickelt worden ist. Im Jahr 1937-38 hatte die Firma Daimler-Benz auf die Forderung von Waffenamt Abteilung 6 ein neues Fahrwerk. ZW-38. ZW ist Zugführerwagen. ZW-38 entwickelt. Für die zukünftige Panzerkampfwagen III, Ausführung E, F und G. Wie es bei dem Programm funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Gut, machen wir weiter. Es wurde vorgegeben, dass viele technische Neuigkeiten dort verwendet werden sollen. Und natürlich ein Benzinmotor und auch ein halbautomatisches Getriebe von Maybach. Komplett wurden die Forderungen vom Waffenamt nicht realisiert. Aber der Panzer, der entwickelt wurde, der ging sehr schwer in der Herstellung an. Als der Krieg angegangen ist, hatte man zu wenige Panzer bauen können, weil der schwierig zum Herstellen war. Und die Streitkräfte bemängelten auch die hergestellten Modelle, wegen vielen Defekten. Und das fand Daimler-Benz nicht gut. Deswegen wurde im Oktober 1939 eine Genehmigung erteilt, weitere Arbeiten zum mittleren Panzer VK-2001d die Entwicklungen weiter zu betreiben, um den Panzerkampfwagen III abzulösen. Und da gibt es schon ein Bild. Das ist die Erprobung von diesem VK-2001d. Im Winter wurde erprobt, wie man sieht. Bereits im November 1939 hatte Daimler-Benz eben den Panzer vorgestellt mit einem Dieselmotor MB-809. Und einem traditionellen Getriebe. Der Diesel MB-809 wurde in mehreren Varianten entwickelt. Der Große mit einem Hubraum von 21,7 Liter leistete 400 PS. Sag und schreibe. Das waren 100 PS mehr als der Maybach-Motor. Und das bei 2200 Umdrehungen pro Minute. Er wog 1250 Kilogramm. Der kleinere hatte einen Hubraum von 17,5 Liter und leistete 360 PS bei 2400 Umdrehungen pro Minute. Und wog 820 Kilogramm. Der wurde dann auch gewählt. Im Juni 1940 war der Motorprojekt bereit. Im Februar 1941 wurde das erste Modell von dem Motor gebaut und auch erprobt. Und im März wurde er abgeschickt, um ihn in einen Panzer einzubauen. Das Versuchsfahrwerk ließ 6000 Kilometer hinter sich, aber es wurde nicht weiter verfolgt. Ende 1941, da ging ja die Entwicklung der 30 Tonnen Panzer an. Das ist also die Reihe, wo der Panther dann entstanden ist. Also 30 Tonnen Reihe. Und deswegen wurden die Entwicklungen zum VK2001D, also in Klammer D für Diesel, eingestellt. Und gleichzeitig auch sein Dieselmotor nicht mehr weiter entwickelt. Und diese Entscheidung war sehr diskutabel, sagen wir so. MB809 war leichter, stärker und sparsamer als der Benzinmotor HL120 von Maybach. Deswegen wäre es sinnvoll, diesen Motor zu nutzen, bei einem Fahrgestell der 20 Tonnen Klasse. Diese wurden ja bis zum Ende des Krieges weiter gebaut. Da gibt es von Daimler-Benz das Modell VK3002 in Klammer D für Diesel. Das ist also 30 Tonnen Klasse. Am Ende wurde ja das Projekt von MAN genommen. Das den Turm nicht vorne, sondern in der Mitte bzw. etwas weiter zum Heck verschoben hatte. Im Winter 1941 hatte Daimler-Benz die Projektierung des mittleren Panzers VK3002D angefangen. Und dieser, das ist der auf dem Bild, wird oft als Kopie vom T-34 bezeichnet. Weil auch ein Dieselmotor verbaut wurde. In Wirklichkeit ist der VK3002D die Weiterentwicklung des VK2001D. Und teilweise hat er die schrägen Formen praktisch als Idee vom sowjetischen T-34 ausgeliehen. Aber es ist keine Kopie. VK2001 hatte noch die ganz normalen, also rechteckigen Formen vorne. Und der ist schon ziemlich schräg. Dann seitlich und Heck auch. Alle Platten richtig angeschrägt. Dieselmotor. Dann die Fahrrollen mit großem Durchmesser. Weil die vorher waren kleine praktisch im Einsatz. Hier sieht man jetzt nicht so gut wegen dem Schnee. Fahrrollen mit großem Durchmesser. Sodass man auf Stürzrollen verzichtet. Und dann praktisch die Blattfederung hatte Daimler-Benz verwendet hier. Und diese Ideen aber, also Dieselmotor, große Fahrrollen. Das hatte Daimler-Benz bereits 1939 vorgeschlagen zu verwenden zum Einsatz. So, auf dem VK3002D wurde ein Dieselmotor MB507 verwendet. Und an fänglich hatte Daimler-Benz diesen Motor überall als Universalmotor vorgeschlagen. Doch die Streitkräfte haben kein großes Interesse an dem Motor gehabt. Und er wägte also Interesse nur bei der Marine. Dieser Motor wurde in zwei Varianten entwickelt ebenfalls. Der kleinere MB507, Hubraum 42,3 Liter, 700 PS. Er hatte sogar eine forcierte Leistung von 850 PS bei 2350 Umdrehungen. Der größere MB507 mit einem Hubraum von 44,5 Liter leistete 800 PS dauerhaft und 1000 PS forciert bei 2400 Umdrehungen pro Minute. Und der große 44,5 Liter Motor wurde eben für diesen VK3002 vorgesehen. Obwohl er eigentlich zu viel Leistung hatte. Also 1000 PS auf so einem mittleren 30 Tonnen Panzer. Und das ist der Motor MB507. Aber da steht jetzt nicht ob das der große ist oder der kleine. MB507C wurde verbaut auf drei Fahrgestelle von Karl Gerät. Dabei eins davon mit einem hydromechanischen Getriebe. Voigt Turbo. Und später, auf den restlichen Selbstfalllaffetten Karl Gerät, wurden Benzinmotoren MB503A durch Dieselmotoren MB507C ausgetauscht. Außerdem dachte man an eine Verwendung dieser Motoren bei den überschweren Panzern Löwe, Maus und E100. Dabei, der zweite Prototyp der Maus bekam den Dieselmotor MB517. Also die mit Turboaufladung versehene Version von MB507. Und diese brachte 1200 PS bei 2500 Umdrehungen pro Minute. Also ungeachtet der großen Leistung, haben die Militärs wieder kein Interesse im MB507 gefunden und seine Varianten. Deswegen bekamen die Deutschen bis zum Ende des Krieges keinen Großserienmotor Diesel für schwere Panzer. Die Probleme, die Zuverlässigkeitsprobleme HL 210 und von HL 230 wurden bis zum Schluss nicht gelöst, weil die Leistung für 70 Tonnen Maschinen wie Tiger II Königs Tiger einfach nicht ausreichte. Dann stand der Diesel luftgekühlt. Im Gegensatz zum Daimler Benz, die Dieselmotoren mit Wasserkühlung und Flüssigkeitskühlung entwickelten. Dach der Adolf Hitler und der Ferdinand Porsche, dass der beste Motortyp ist ein luftgekühlter Motor. Die Deutschen mussten in verschiedenen klimatischen Bedingungen kämpfen, von Afrika bis zum russischen Winter. Und die robusteren, temperaturunempfindlicheren luftgekühlten Motoren haben im Prinzip keine Probleme mit Kühlflüssigkeitsüberhitzung und auch mit dem Einfrierung dieser Kühlflüssigkeit. Und nicht immer sonst wollte man ausgerechnet den Tiger Porsche, der einen luftgekühlten Motor hatte, oder zwei davon, nach Afrika schicken. Im Juli 1942, auf der Versammlung der Panzerkommission, hatte Porsche, Porsche war der Leiter der Panzerkommission, mitgeteilt, dass Hitler forderte eine Überarbeitung und Einführung von luftgekühlten Dieselmotoren auf alle Typen von Maschinen. Dabei plante man die Verwendung schon 1943. Also es wurde ein Arbeitskomitee gebildet, zur Entwicklung dieser Motoren. Und in dieses Komitee gingen solche Firmen wie Daimler, Benz, Glöckner, Humboldt, Deutz, Krupp, Maybach, Tatra, Simmering und Steyr. Und diese sollten ihre Entwicklungen vorstellen in diesem Bereich. Da haben wir so ein Zugfahrzeug RSO mit einem Dieselmotor von Glöckner, Humboldt, Deutz. Insgesamt forderte die Armee acht Typen von Motoren. Leistungen von 30 PS für einen leichten Volkswagen bis zum 1200 PS Riesen für überschwere Panzer. Und die Idee dieser Linie bestand darin, dass alle Motoren mit Standardzylindertypen versehen werden, was die Entwicklung derer erleichtern würde. Also so ein Baukastenprinzip, wo man praktisch gleiche Zylinder, gleiche Einspritzanlage oder was auch immer gleiche Reichtungen verwendet und diese dann auf entsprechende Leistung auslegt. Und anfänglich hatte man zwei Standardzylinder mit einem Hubraum 1,1 und 2,2 Liter angeguckt und später blieb man bei 3 stehen. Also pro Zylinder dann entweder 0,8 Liter Hubraum und 13 PS oder 1,25 Liter Hubraum und 22 PS pro Zylinder und dann 2,3 Liter bei 30 bis 34 PS Leistung mit einem Turbo-Kompressoraufladung 40 bis 45 PS. Das Problem ist nur, du kannst in Kriegszeiten keine komplette Motorenlinie einführen, zumindest nicht in kurzer Zeit. Und deswegen mussten also schon entwickelte Vorlagen verwendet werden von verschiedenen Firmen. Und die Technik bekam eben passende Motoren mit anderen Zylindern. So projektierte Firma Klöckner Humboldt Deutz 4 Zylinder Diesel, Luftgekühlt mit 70 PS Leistung. Bei Tatra gab es den passenden V Dieselmotor, 12 Zylinder, Typ 103 mit einer Leistung von 220 PS. Dieser bekam, diesen bekam der Panzerkampfwagen 38NA, also diese tschechische Entwicklung und der Hitzer. Außerdem auch die Panzerfahrzeuge Puma, das ist der vierachsige. Ebenfalls von der Entwicklung von der Diesel Tatra bekam 8 Zylinder V Motor an Typ 928 180 PS auf dem Jagdpanzer 38D. Ja, dieser Hitzer, genau, der bekam. Aber jetzt wurden die meisten eigentlich mit Benzin gebaut. So, da haben wir da so einen Dieselmotor SLA16 mit einem Turbokompressor und Aufladeluftkühlung. Und Porsche hatte praktisch Dieselmotoren für schwere Panzer entwickelt im Rahmen dieses Programms für den Tiger Porsche 2, der vielleicht euch oder World of Tanks Schülern besser bekannt ist als VK 4502 B. Dann, es wurde ein Paar von 16 Zylinder Dieselmotoren Typ 180-1 mit einer Gesamtleistung von 740 PS vorgesehen. Und als Alternative dazu war ein X-förmiger Motor Typ 180-2 mit einer Leistung von 700 PS bei 2000 umdringen. Also X-Motoren sind nichts anderes wie zwei praktisch aufeinander angeschlossene V-Motoren. Also so im Kopf, dann hat man so X mit einer Kurbelwelle quasi in der Mitte. Ein bisschen schwierig in Erwartung, solche Motoren. Aber sehr kompakt, konnten wir sehr kompakt bauen. Und aus den gleichen Zylindern wurden auch V-förmige 16- und 18-Zylinder Motoren. Für die frühen Varianten der Maus hat man auch die Alternative MB507 vorgesehen. Der Leopard 1 hatte einen Benzinmotor. Leopard 1 ist ja nach Kriegsentwicklung. Wir reden jetzt von 40er Jahre Kriegsentwicklung. Mit den gleichen Zylindern konnte man verschiedene Motoren projektieren, mit verschiedenen Konfigurationen. Für die Maus gab es fünf Motorvarianten, davor war nur eine Variante Benzin. Die restlichen waren alle Diesel. MB507 und ein paar von Porsche Dieselmotoren wurden auch für die konkurrierende Löwe. Löwe war ja die Entwicklung, die konkurrierte zu Maus quasi. Aber die Entwicklung ging dann später in den E100, in die Entwicklung eines E100. Und das war auch für den Einsatz. Könnt ihr dazu ein Video auf YouTube bei mir angucken. Habe ich gemacht. Die Arbeiten zum x-förmigen 16 Zylinder Motor Diesel, Hubraum 36,8 Liter, kamen am weitesten voran. Und das war die Alternative in der Perspektive, hat man gedacht, das wird den nicht zu verlässigen Maibacher L230 ablösen. Da er von den Baugrösen ganz gut in den Panther passt und auch in den Königstiger. An diesem Motor arbeitete Firma Siemering zusammen mit Porsche. Und er ist bekannt als SLA 16. Das ist der im Bild hier, der Motor. Und hier haben wir diesen Motor auf einem Versuchstand, Erprobungsstand. Der Motor SLA 16 arbeitete bei kleineren Drehzahlen als der Benzin Maibacher L230. Und seine Kurbelwelle lag höher. Und deswegen musste auch ein erhöhter Reduktor konstruiert werden. Mit dem konnte der SLA 16 mit gewöhnlichem Getriebe von Tiger und Panther verwendet werden. Also man musste nicht mal neues Getriebe konstruieren. Zwei Turbolader arbeiteten von dem Abgas. Die wurden durch Abgas betrieben und haben den Motor mit einer Luftaufladung versehen, was dem Motor dann mehr Leistung brachte. Die Kühlventilatoren, dann Ölbehälter und die Ladeluftkühler wurden direkt auf dem Motor montiert. Und konnten so wie bei modernen Panzern mit einem Monoblock ausgebaut werden. Wie gesagt, der Motor, den ihr hier im Bild seht, der SLA 16 ist praktisch eine Entwicklung von Porsche gewesen. Und der Firma Simmering, eine Gesamtentwicklung, Diesel mit zwei Turboladern, luftgekühlter Dieselmotor. Und der konnte eben mit normalen Tiger und Panther Getriebe sogar zusammen verwendet werden. Man brauchte nicht mal neues Getriebe. Und man konnte diesen Motor praktisch als Monoblock ausbauen samt der ganzen Kühlanlage. Für den Kaltstart im Winter wurde eine Heizspirale vorgesehen, die innerhalb von einer bis zwei Minuten das Öl aufheizte. Und der Motor startete von zwei Elektrostartern dann. Wenn der Motor heiß war, startete er von einem Starter. Ein Zylinder von diesem Motor leistete 47 PS bei 2.100 Umdrehungen. Es wurden also zwei Motoren gebaut. Diese wurden 300 Stunden lang auf dem Prüfstand erprobt. Also bei voller Drehzahl hat man sie laufen lassen. Und sie zeigten 770 PS bei 2.200 Umdrehungen. Und ein Motor wurde nach erfolgreicher Erprobung auf einen Jagdtiger verbaut. In der Fabrik Nibelungenwerke. Also ein Jagdtiger war praktisch Diesel. Da ist das Schema von diesem Motor. Ihr seht, dass er praktisch schon in der Panzerwanne von dem Panther quasi eingearbeitet ist. Also er passte wunderbar rein. Und man konnte die Panzer, die zur Reparatur in die Fabrik kamen, konnte man die Motoren einfach umrüsten auf Diesel. Vorausgesetzt man würde diese Motoren in Serie bauen. Und aber die ersten Tests zeigten, dass die unteren Zylinderreihen überhitzten. Aber nach der Modifizierung der Skullsystems wurde das wieder enorm gebracht. Also das passte. Und wegen der drohenden Niederlage im Krieg konnte also nur ein verkürztes Testprogramm durchgeführt werden. Also es zeigte sich, dass der Motor ohne Probleme in jeden Panther und in jeden Königstiger reinpasste. Man musste nichts ernsthaft umbauen. Und es wurde sogar, ja die Serienfertigung wurde sogar schon besprochen. 100 Motoren wollte man schon bauen. Bei Steyr in Österreich. Und dafür mussten die Flugmotoren DB605 eingestellt werden. Aber dafür musste man die Herstellung der Tatra-Motoren, Tatra-Diesel-Motoren Typ 103 reduzieren. Und diese brauchte man aber in enormen Stückzahlen. Und dann wieder kommt Waffenamt zur Geltung, die Abteilung 6 des Waffenamts, die wieder einen Maybach-Motor bevorzugten. Wahrscheinlich war wieder Schmiergeld in der Sache. Ein paar Schweizer Konten und sowas. Weiß nicht was die Leute sich davon versprachen. Aber mein volles Konto ist volles Konto. Weil sie haben wieder einen 800 PS Maybach-Motor lobiert. Einen HL234. Mit einer Benzindirekteinspritzung. Und dieser Motor konnte aber nicht mal bis zum Kriegsende erprobt werden. Oder auf einem Prüfstand geprüft werden. Während der Dieselmotor von SLA16 eigentlich schon serienreif war. Beim Krisisprogramm der Panzerherstellung. Im Oktober 1944 hatte die Panzerkommission die Entscheidung getroffen, nur drei Typen von Fahrgestellen herzustellen. Also Jagdpanzer 38D, euch als Setzer bekannt, Panther und Königstiger oder Tiger II. Die restlichen Panzer und Selbstfalllaffetten mussten auf ihrer Basis hergestellt werden. Und in Abhängigkeit von der Gewichtsklasse. Also zum Beispiel leichte Panzer war das Fahrwerk vom Hitzer zu verwenden. Mittlere Panther-Fahrwerk und schwere Panzer Tiger II Fahrwerk. Und diese Standardisierung kam etwas spät natürlich. Sie würde die Vielfältigkeit verschiedener Fahrwerke, verschiedener Fahrgestelle in der Wehrmacht reduzieren. Was natürlich die Ersatzteilversorgung sehr viel leichter machen würde. Und auch die Reparatur für das Fachpersonal viel leichter. Obwohl Jagdpanzer 38D seinerzeit konzeptuell sehr gelungen und einfach gestaltet war, hat er trotzdem einige Probleme vorzuweisen. Die Leistung des Motors war ungenügend. Das Getriebe funktionierte quasi am Limit. Und die Aufhängung, Federung war auch schon ausgereizt. Außerdem hatte die Konstruktion von Jagdpanzer 38D wurde praktisch angepasst für die Herstellung in den deutschen Fabriken. Und man konnte ihn zwar in den deutschen Fabriken bauen, aber nur sehr schlecht. Weil ursprünglich stammen wir ja von Tschechien, von Škoda. Škoda war der Erschaffer von dem Hitzer. Und die deutschen Fabriken waren dazu nicht sehr gut geeignet, um diese Panzer zu bauen. Aber dann hat man ja die Herstellung von Panzerkampfwagen III und IV. Drei hatte man eingestellt, Panzerkampfwagen IV wurden in ein paar Fabriken eingestellt und in einer anderen Fabrik weitergebaut. Und in diesen Fabriken, wo er nicht mehr gebaut wurde, da hatte man Ressourcen, freie Herstellressourcen gewonnen. Und dort wollte man den Jagdpanzer 38D bauen. Also zur Lösung dieser Probleme hat der Alket ein neues Fahrwerk projektiert. Das Fahrwerk 38D auf der Basis von dieser tschechischen Konstruktion. Und dort wurde der Dieselmotor Tatra Typ 103 mit 220 PS verwendet. Das ist der Jagdpanzer 38D, also mit dem Dieselmotor Tatra. Was hatte der Hitzer für Vorteile? Es war ein sehr billiger, kleiner Panzer. Der kostete sehr wenig, war einfach zu bauen. Dafür hatte er eine L-70-Kanone. Das ist die gleiche Kanone, die auf dem super teuren Panzerkampfwagen Panther verbaut war. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Der war super unbequem für die Besatzung. Er war unzuverlässig, hatte viele Defekte, viele Mängel. Die Kanone ließ sich schlecht richten, die Panzerkampfwagen war von schlechter Qualität. Aber die Kanone war die gleiche wie auf dem Panther. Und das war schon etwas wert. Also Alketa hatte eben dieses Fahrwerk projektiert. Dort kam das Getriebe AK5-80 zum Einsatz von der Zahnradfabrik. Und die Wanne war etwas größer mit einer neuen Federung. Und dank dem sparsamen Diesel und Treibstoffvorrat 380 Liter sollte der Treibstoff für 500 Kilometer Fahrt auf der Straße natürlich reichen. Oder 300 Kilometer durchs Gelände. Aber nicht allzu krasses. Und es wurde also geplant diesen in Serie zu bauen. Dann noch den Aufklärer 38D sollte noch gebaut werden. Dann ein Flugabwehrpanzer Kugelblitz 38D. Und noch andere leichte Technik. Im Frühjahr 1945 haben die deutschen Versuchspanzerjagd Panz 38D gebaut. Also wer nicht weiß, die Schweiz hatte ja den Hetzer nach dem Krieg verwendet. Und haben einige auch umgerüstet auf Diesel. Also als Dieselvarianten haben sie ausgeführt. Und im Schweizer Museum Full stehen so zwei Hetzer. Einer mit Benzinmotor, einer mit Dieselmotor. Aber diese Versuchsfahrzeuge, die im Frühjahr 1945 in Deutschland gebaut wurden, die Jagdpanzer 38D, ihr Schicksal ist nicht bekannt. Und viele Dokumente wurden verloren. Es ist möglich, dass wegen der Ähnlichkeit mit dem Jagdpanzer 38D, also mit dem Hetzern ganz normalen, haben die Alliierten einfach angenommen, dass sie von keinem großes Interesse sind diese Maschinen. Und die wurden einfach eingeschmolzen. Um Metall zu gewinnen. Dieselmotoren wurden ebenfalls auf Panther und auf den Königsdiger verbaut. Außer dem bereits früher erwähnten SLA-16 gab es auch andere Varianten. Die Firma Grückner Humboldt Deutz hatte sogar einen Zweitakt V 8 Zylinder Diesel entwickelt. T8 M118. Aber mit Flüssigkeitsküllung und einer Leistung von 800 PS. Er wurde in der Herstellung einfacher Motor eingeschätzt und mit einem großen Leistungspotenzial, mit einem großen Drehmoment, sodass man ihn für Zugmaschinen verwenden konnte. Aber von den Abmaßen war er genauso wie der normale HL 230 von Maybach, also der Motor, der den Panther und den Königsdiger angetrieben hatte. Und nach dem Krieg wurde der entsprechende, der Verantwortliche für die Entwicklung, ein neuer Panzer beim Waffenamt, Heinrich Kniepkamp, befragt. Und er teilte mit, dass dieser Motor war die Alternative zum HL 234 bei der E-Serie. Und E-Serie, wer es nicht weiß, also das war E50, dann E75, E100. Die sollten alle so weit wie möglich einheitlich gestaltet werden. Fahrwerk und so weiter. Maximale Vereinheitlichung, Baukastenprinzip quasi. Außerdem haben die Firmen MAN und Argus zusammen einen 16 Zylinder H-förmigen Dieselmotor. Ich schätze, das wird so zwei Reihenmotoren oder so, oder vier Reihenmotoren quasi dann sein, die zusammengekoppelt werden. LD 220 mit einer Luftkühlung und einer Leistung von 700 PS. Und dieser wurde als eine Ersatzvariante angesehen für den Fall, dass der SLA 16 von Porsche nicht anläuft. Das ist der Motor von TATRA im Bild. TATRA 103. Das war der Motor, der diesen Jagdpanzer 38D angetrieben hatte. So, auf diese Weise wurde gegen Ende des Krieges ein Haufen Dieselmotoren in Deutschland entwickelt. Und man war quasi einen Schritt davon entfernt, die Dieselmotoren in die komplette Panzertechnik einzubauen. Dabei waren sogar lüftgekühlte Dieselmotoren, die robuster waren als flüssigkeitsgekühlte. Das würde natürlich das Maybach-Monopol zum Stürzen bringen. Deswegen hatte kurz davor der Karl Maybach mit allen Kräften seine Motoren HL 64 und HL 234 vorangetrieben und überall durchsetzen wollen. Anstatt der Motoren von TATRA, Typ 103 und SLA 16. Er schrieb sogar einen Brief an die Panzerkommission und fragte, ob die Lage mit dem Benzin tatsächlich so schlecht ist, dass man jetzt ausgerechnet Dieselmotoren benutzen muss. Aber die schwere Lage gegen Kriegsende konnte das Maybach-Monopol etwas anwackeln oder an dem Monopol etwas richtig schütteln sogar. Und die TATRA-Diesel, die ihr im Bild seht, diese TATRA-Dieselmotoren, die sollten die zahlreichsten Panzerdiesel werden, die wer macht, wenn der Krieg noch weiter andauern würde. Dann sieht wieder der Maybach, das war so, ja, ist denn die Lage mit Benzin so schlecht? Aber das hat ihn gar nicht interessiert, dass Benzinmotoren viel leichter brennen, dass die Panzersoldaten damit kämpfen müssen, dass die Benzinmotoren einfach unzuverlässiger sind, weniger Drehmoment haben. Der ist gut damit gefahren, mehrere Kriegsjahre. Er hat seine Motoren verkauft und das hat ihm gepasst. Hauptsache er verdient Geld. Fassen wir zusammen. Anfang 1930er Jahre haben die Deutschen eben zuerst versucht, die Flugmotoren bei Panzern einzusetzen. Aber das stellte sie nicht zufrieden. Dann wurde die Entscheidung gefällt, speziell für Panzer entwickelte Motoren zu verwenden, die möglichst kompakt sein sollten und leicht. Eine hohe Leistung pro Hubraum leisten sollten und ein niedriges Drehmoment dadurch, damit das Getriebe auch kompakt gehalten werden kann. Und Maybach lieferte eben rechtzeitig diese ganze Reihe, diese Palette an Motoren samt der Getriebe, wurde also als Braukasten im Prinzip schön hergerichtet und man wusste, ich habe jetzt so einen Panzer, so viele Tonnen, der braucht also diesen Motor und dieses Getriebe als griffbereit quasi und serienreif. Und dabei wurde es natürlich von Waffenamt, beinahe gesagt Waffenamt, Waffenamt Abteilung 6 unterstützt und so gewann Maybach eben sein Monopol in dieser Nische. Und das war so ein sich selbst gestellter Fuß quasi dann. Eine Schlüsselrolle dabei bei den Schwierigkeiten mit dem Übergang auf Dieselmotoren spielte auch diese Eigenart, wie neue Panzer eingeführt wurden. Denn das Waffenamt hatte praktisch Forderungen an Firmen gestellt, nicht nur so und so viel Panzerung, die und die Kanone und so weiter, sondern auch welche Motoren und Getriebe zu verwenden sind. Ich meine, vielleicht hat es die Entwicklung von Panzer etwas erleichtert und verkürzt, aber dadurch war der Motor schon vorgegeben. Und das kam so weiter, dass sogar beim E100, dem superschweren Panzer, anstatt eines MB507 Dieselmotor, der existiert hat, funktionierte und bessere Leistung lieferte als die Benzinmotoren, sollte irgendein halbmythischer Maybach-Motor, den es gar nicht gab, verwendet werden. Dieser wurde nie erschaffen, existierte gar nicht. Und auf das Versuchsfahrgestell von dem E100, das gebaut wurde, wurde ein normaler, stinknormaler, HL230 mit 700 PS, also wie schon beim Panther oder Königsdiger, verbaut. Und das sollte ein 140 Tonnen Panzer werden und Königsdiger wog 67 Tonnen. Dieseltreibstoff gab es ausreichend. Dieseltreibstoff konnte leichter zum Kriegsende, leichter synthisiert werden als Benzintreibstoff, also günstlicher gestellt werden. Und desweiteren haben Deutsche auch nur 150.000 Diesel-LKWs gebaut. Und das spricht einfach davon, dass Diesel wollte und sollte verwendet werden, man wollte ihn verwenden, aber eben Maybach-Monopol zu stark, das war zu stark einfach. Deswegen wird es auch oft behauptet, dass die Deutschen irgendwie den sowjetischen W2-Diesel kopieren wollten, das stimmt auch nicht, haben wir ja gesehen jetzt. Kurz vor der Niederlage hat man kapiert, dass Dieselmotoren gebraucht werden, aber es war schon zu spät dann. Wenn ihr das alles nachlesen wollt irgendwo, Freunde, dann empfehle ich euch die Bücher von Thomas Jens, Hillary Doyle, Panzerkampfwagen 3, 4, Panzers und Jagdpanzers, Schwere Panzerkampfwagen Maus, Panzertracts, Walter Spielberger Bücher, Panzerkampfwagen Panther und seine Abarten, Panzerkampfwagen 4. Und da gibt es noch Befragungsprotokolle von Stiller von Heidekampf oder von Kniepkamp, Befragungsprotokolle über die E-Serie.